ja herzlich willkommen hier geht es weiter mit god of war und zwar sind wir in alfheim und ja schauen wir was uns erwartet spannung pur bis jetzt nicht unser problem junge konzentriere dich was steht da etwas von einem ewigen krieg um das licht verstehe ich nicht wenn beide seiten es brauchen wieso teilen sie nicht gear ein häufiger grund für krieg wie du merken wirst es ist krieg wurde das ende davon haben verloren ich bin jetzt bereit ja warum greifen uns an wir haben nichts getan es werden mehr kommen wo kommt dieses zoll überhaupt her ja 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 ich bin dann ja ich setze sie mal zusammen wenigstens kommen wir dem licht näher moment ist das sind die das kommt aus gebiets markieren kompass golden wird ist ein ziel in der nähe suchen sie gegen meister treu womit kann ich die sonntags anzug auslösen jawoll was brauchst du noch talisman was war denn da noch das boot freilegen da drüben ist das boot boot ist los sehr schön oh was sagst du ich habe nichts gesagt hat deine mutter von dieser welt erzählt nicht viel nur dass die alben immer um das licht kämpfen und deshalb isoliert die alben hier das ist Ah, cool, cool. Du hast das nicht gehört? Nein. Nein. Es war... böse. Sieh mal, sollten wir mit Ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf, also gehen Sie uns nichts an. Aber vielleicht... Sie gehen uns nichts an. So, Licht. Oh, See des Lichts. Wow. Gehen wir. Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Oh. Die Brücke ist... Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Wann er ist nicht da! Wow. Konzentrier dich. Doktor! Wart er ist hinter dir! Wo sind denn? Wah. Seitdem. Wart er ist hintermacht. Wart er ist hintermacht. Wart er ist verschieden. Wart er ist sicher? Wart er ist hintermacht. Was werden sie mit ihnen ver자는? Was werden sie mit ihnen verzeichnen? Wart er ist von dem Wegst 새us. gut gemacht können wir die brücke von da unten aktivieren Okay, und jetzt. Ah. Oh, guck mal, wir gehören hier nicht hin. Moment, so miteinander kombiniert, sehen sie aus wie eine Rune, aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zum Boot. Wegenen Tempo finken. Finken wir mal den Weg in den Tempo. Traurig der Streit zwischen den Alben. Eifelgen ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Genug. Geschichten nur auf dem Boot. Konzentrier dich. Vater, die Sollen und der Ring formen eine Albenruhne. Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Ja. Wasser ist damit gemeint. Oh. Junge. Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lögür. Ah, cool. Was ist passiert? Sieh mal was wir gefunden haben. Ist egal. Ja. Die Stimmen, die ich gehört habe. Sie waren schwer zu verstehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Sie waren schwer zu verstehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Ringtemperraben. Das reicht jetzt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Das kann nicht gut sein. Das war's für heute. Das war's für heute. Yeah. Wow. 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 So. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Oh. Oh. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Oh. 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 Ah, loska. Ja, manos. Ja. Wiederholfen da. Ah, wie da war'n verdämpfer gefunden? Fast, sehr geil. Sehr cool, sehr cool. Du hattest vorhin Unrecht. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprech nicht mehr davon. Gut. Halt, da ist nix. Warum einiger? Ah. Ah. Okay. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, natter ich nicht. Oh. Ah, Moment. Oh. Oh, oh. Oh Oh Wow. alter verwalter mega geil mega geil schauen wir mal da nächste da nervenkitzel pur also da geht was bist du sicher dass es der hexe gut geht hoffentlich starb sie nicht als sie unterhalten sie hat gewusst was sie tat wenn wir genug wegschneiden müsste oben die brücke wieder erscheinen genau rechne mit widerstand klar natürlich 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 ja 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 Das war's für heute. Was ist das? Oh Das war's für heute. 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 Oh, sehr schön. Zum Geschenk. Das war's für heute. 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 Und ja, bis zum nächsten Mal. Ade.